Collie Wong hat Tech Monkey erledigt. In was für einer Welt leben wir eigentlich hier, wo Gewalt und Totschlag erscht? Warum muss es immer nur Tode geben? Warum kann man sich nicht einfach mal friedlich äußern und den Streit beilegen? Wieso muss es immer wieder mit dem Tod enden? Und damit herzlich willkommen bei GTA 5 Online. Und ich muss mein Mikrofon anmachen, damit ich selber höre. So. Ja, ohne Julian, nur ich alleine und nach dieser sehr melancholischen Ansage geht's mal los hier. Da ist schon wieder ein Tod, also das gibt's ja nicht. Da ist sogar einer mit Kopfgeld. Ja, da würde ich mal sagen, den holen wir uns doch mal. Nicht wahr? Dann nehmen wir einfach mal eine Haftbombe und zoomen jetzt dahin. Da waren eben noch zwei im Auto. Der eine wurde wohl erledigt und der andere wird gleich von mir erledigt. So ganz sneaky aus dem Hinterhalt. hoffentlich. Oh, 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 shit! Aber im Winter kommt sogar da auch längs. Oh, shit! Der hat einen added! Uiuiuiui! Na, da wollen wir doch mal hinterher. ich hätte auch mal er daneben sollen als multitasking erst mal und der fahrer glaube ich das kopfgeld ich bin mir nicht sicher shit ich wollte nicht zu nahe anfangen weil sonst tötet er mich noch da vorne ist der bösewicht nicht mich scheiße gibt gas auto da rammt er ihn voll ab du kannst mir nicht entkommen okay du kannst es irgendwie doch ein bisschen oh komm jetzt muss ich noch ein bisschen gas geben oh der ist voll weit weg holy shit der war voll weit weg und trotzdem hat er mich getroffen ach du scheiße aber okay er musste immerhin mein auto bezahlen das ist ja auch schon mal was oder sie haben mich von da getroffen nicht schlecht nicht schlecht so was müssen wir mal gucken jetzt muss ich mir muss ich wieder ein auto bezahlen also es gibt es doch nicht hier kommen ach komm ich steig sogar schon aus es ist doch nicht wahr hier ist doch alles kacke theoretisch habe ich auch aufbomben nur ich möchte dann ehrlich sind nicht zerstören weil nachher hat er immer nur ein kopfbild von keine ahnung 1000 und ich muss erst mal 12.000 für seinen elter bezahlen ja warum kann er nicht einfach mit so einem kleinen kack auto rumfahren das haben wir auch noch gestohlen hat er das wird auch viel besser für uns alle ich hole mir gleich erstmal mein panzer aber den hole ich mir jetzt mal bei pegasus war das ja meinen rino panzer bitte kommen gehen wir weg hier ja ich würde jetzt nicht hinterher fahren einfach weil die mir meine reifen kaputt geschossen haben ich werde mich erst mal ein panzer holen dann ist es völlig egal dann mache ich den scheiß er hat kaputt das ist mir auch egal so schön dass mein panzer auch bei der polizei hier steht das ist auch super ich muss erstmal mein auto abschließen nicht dass da noch jemand reingeht einfach so weil auf einmal steht da halt so ein entity rum und dann springt der einfach so rein so mein freund wir haben noch eine kleine rechnung offen wo ist denn der na komm mal ja da hinten ja wunderbärchen so natürlich bin ich nicht gerade der schnellste aber leider kann man ja kein panzer auf das wäre ja auch irgendwie zu schön das wäre echt super wenn man so ein panzer aufschümen könnte na traut ihr euch jetzt nicht oder was habt ihr schiss okay da hat ein kopf geld von mich auf 9000 ausgesetzt von mir aus gerne so jetzt habe ich ihn zwar erledigt ich habe mir das für 9000 geholt sehr schön aber das meiste weg also ich habe mal wieder verluste gemacht aber das war ja 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 meine freunde ich habe ein panzer hier haha aber jetzt fahr ich mal wieder zurück und tyrannisiere sie jetzt ein bisschen so jetzt wird es doch erst richtig spaßig hier meine kleinen fruchtzwerge haben kein plan wurde es da irgendwo da 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 komm mach mal eben platz hier es gibt es ja nicht auch da seine hallo und tschüss was jetzt aber jetzt aber hahaha wie zu blöd man um den zu töten heck der ach der ach der ist ähm der ist im passiv modus ach so das ist ja eine kleine kacknase da geht der einfach mal so in den passiv modus und der da hinten wohl auch noch okay da auch noch das wieder grad verlassen naja ich habe ein kopfgeld von 9000 also möchte mir das ist nicht irgendjemand holen jetzt aber beim speck mit dir da kommen noch ein paar autos so da war einer direkt vor mir na aber wer möchte denn mein kopfgeld haben irgendwie möchte das keiner haben auf vier stellen habe ich schon mal schade dass auch keine anderen partner bekommen also bei gta 4 war das ja so dass wenn man ich glaube ja doch ab fünf sterne kommen noch die panzer und dann war das immer lustig weil dann konnte man dann bin ich halt immer auf diese extrem große straße gefahren ich habe da war ja auch da dieser timesquare abgebildet nachgebaut und da habe ich mir immer erst mal sechs sterne geholt und dann mit einem komet habe ich dann immer so ein bisschen die polizisten verarscht weil kann man echt gut rum rumfahren das war echt ganz lustig schön dann schön dass sie da sind ich möchte nicht schon wieder mein panzer dann 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 er da zerstören nicht schon wieder aber okay die wohnen da wohl die kleinen wichser ja okay aber ich wollte jetzt nicht sein ende zerstören weil dann müsste ich wieder 12.000 und die waren eben passiv modus von daher jetzt ist der hunky boy der ist sowieso gestorben also ich war es nicht stirbt aber der polizei na komm komm her komm zu woher sehr schön noch einer und weg ist er haltet abstand zu mir ich mache jetzt hier ein bisschen randale oder hin kann man weiß noch ein paar polizisten nur hier beim der ist auch weg da hinten nicht getroffen dass sie ein doofer berg ich treffe den nicht ich treffe den nicht jetzt ist er jetzt da oder vorne ist noch ein spieler mal hin ja ich weiß jetzt werde ich gerade selber zu einer asie sagen über die ich mich immer so beschwer auch hügelheizer ich glaube das mache ich mal da hätte ich irgendwie lust drauf ja tausend dollar nichts ist das ich habe da ordentlich geld also die letzten paar missionen die haben ja wieder gut geld gebracht also ich habe irgendwas von 56.000 gut zwölf waren weg aber immerhin so ich habe ja meinen geilen adder jetzt überlege ich gerade ob ich den adder auch nehme der ist zwar extrem schnell aber das ding ist halt der liegt nicht ganz so geil in den kurven so jetzt sind alle gerade aus einer kuh beigetreten von weed nur ich bin nicht von weed ich bin von grog keine ahnung was das heißt aber schon mal gut dass wir unsere eigenen fahrzeuge haben dürfen und zwei runden gibt es das radio muss noch aus das tut mir leid aber ich glaube dass wir nicht auf oder das ist irgendwie ganz schön komisch in der letzten folge war ja auch schon kein ton ich weiß nicht wieso dass die game capture karten hier aufnehmen möchte keine ahnung muss ich noch mal gucken vielleicht immer neu starten müssen oder so ich habe keine ahnung ist es irgendwie ganz schön behindert so mit meinem neuen rechner aber war schon mal im alten rechner und eigentlich muss heute endlich battlefield da sein ich habe das über über mein key.de habe ich mir battlefield gekauft dann wurde ich weiter geleitet zu so einer anderen seite ich bin auch halt mk for me oder sowas und das müssen wir erstmal hier den ender auch wenn er nicht ganz so eine geile kurvenanlage hat nö wir warten nicht und dann konnte ich es mir nicht runterladen ich dachte ja gut bekomme ich halt so ein download link aber nein nix da sie schicken mir das auch mal per post zu irgendwie aber ich war ganz schön verwirrt weil bisher kam nichts an also vielleicht kommt das noch mal sehen mal sehen aber vielleicht bin ich auch besser aufgetübt als die dass ich halt noch mal ein paar Wetter abgesagt ich habe ja nicht mehr gewettet vielleicht sind die auch voll asi und ram mich gleich erstmal schön irgendwo gegen das wäre natürlich richtig asozial aber bisher sieht es gut aus wir konnten die erste position sofort halten aber einholen ist auch an glaube ich also die holen stark auf weil sie nicht ganz so geil sind wie ich boah da hat er mich erstmal jetzt voll von hinten weggebumst der kleine mieser wichser so jetzt driften wir ganz flockig um die kurve zwei sind schon abgeschieden diese kurve hier die ist ganz schön scharf auf einmal biegt sie da einfach ab oder eine entity da der macht mir ganz schön zu schaffen meine freunde alter ich muss den punkt mit mir nehmen du kleiner bastard also kleine frucht zwerg oder drängt er mich also voll weg wie mache ich wie mache ich wieder zurück hallo ich kann mich nicht drehen hey scheiße sie überholen hier alle nein auch das ist doch das ist doch behindert ach so hinterher ernst jetzt wegen diesem spacko fliege ich da erstmal durch die luft da habe ich natürlich keine chance mehr auf uns zwei runden sind naja da müssten wir schon viele fehler machen und ich müsste einwand frei fahren aber ich war ja immer einwandfrei da habe ich sogar schon wieder ein das ist ja super so ein bisschen wenn schatten noch ausnutzen natürlich aber ja das ist natürlich hier immer ganz schön gefährlich auch gerade so so eine situation ist wie eben ich habe ihn da und dann kann man sich mal leicht selber einfach wegdrehen das ist natürlich echt assi hier aber kein ding jetzt auch mal oh da rammt der mich weg alter was soll denn das was willst du für ein kleiner pisser ganz ehrlich so kann ich auch spielen die ganzen leute die haben echt keine courage mehr immer ein richtiges renn zu fahren immer drängen sie einen weg oder so das ist sowas von asozial weil die nichts drauf haben diese kleinen pisser guck mal da was er für ein kleiner mongo ist da weil er nichts kann ganz einfach der ist so dumm und deswegen muss halt die leute mal einfach weg drängen mit seinem entity weil er einfach eine kleine pussy ist und auch eine kleine pussy hat deswegen und nirgendwo anders hier so neue schnellste runde und den anderen könnte ich jetzt auch aufholen ich hole auf der hat sich da oder müsste sich da musste sich zurück sporen und da vorne ist auch schon das sieht gut aus das sieht gut aus hier war ich eben echt stark in dieser in dieser region raus beschleunigung weiß ich da nicht so ganz aber ich drehe mich nein da verliere ich zeit oh gott da verliere ich sehr sehr viel zeit da verliere ich zeit oh man 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 das sieht nach einem zweiten platz aus aber vielleicht macht er noch mal einen schweren fehler aber keine ahnung vielleicht wäre ich auch erster wenn mich da der idiot nicht weggedrängt hätte bei der ersten runde eben aber zweiter ok von vier kein ding aber von drei was von drei ich dachte von vier ok das ist auch jetzt nicht ist sehr gut aber naja ich war halt erst dann also seid echt gut aus eigentlich für mich aber dann kam eben da dieser kleine idiot oh gott so weit so weit so weit ich dachte eben da werden abhangen oder so was das wäre dann richtig aus sie richtig aus sie nach denen nicht mehr ein die runde ist gleich vorbei das schaffe ich nicht ne 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 Arborche echt schade gemacht schade aber hier komme ich wieder ein bisschen zu weit raus ja zum letzten da ist das kein ding das ist gut aber auch der ok das ist durchgelaufen um die kurve das schade herzlichen glückwunsch monster atomic und ich bin zweiter geworden ist doch auch nicht schlecht meine zeit ist vier minuten 54 punkte zwölf und ich bekomme 3750 dollar das ist sehr gut auf jeden fall wurde der andere idiota der mich gedrängt hat nicht erster oder so dass ich glaube ich nein 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 der war ja hinter mir dann also er redet er sogar ja du meine ich oder war das ich weiß gar nicht war das der ich glaube ja ich denke schon ich hatte gar einen stern weil ich die beste runtergefahren bin weil ich drauf habe und der rede da und redet und ich kann nicht hören keine ahnung ihr könnt auch nicht hören weil meine gamke kann nicht geht aber schade ist auch egal aber immerhin das war doch mal ein schönes rennen war doch mal spannend aber warte mal wiederholen eine sache können wir noch machen ja nein ich bin so blöd ich bin so blöd ich dachte ich dachte aktualisieren aber jetzt na gut dann machen wir eben noch mal das rennen und ich habe nichts mehr zu trinken hier muss müssen wir noch mal machen ich glaube doch alles klar ah man gerade muss wieder aus ich glaube ich glaube ich mal wieder er war ja nicht schlecht dass wir dann noch mal kurz ein paar andere leute ein hat einfach einmal alle aus aktueller sitzung zu machen nein er lädt sie kurz einzeln ein wahrscheinlich ich glaube ich muss auch mal wieder man hätte dann die ps3 wieder anschließt mit dem optischen kabel dann kann ich zwar nicht reden aber dann höre ich wenigstens was sie sagen und vielleicht dann auch wieder ton also ich muss mal gucken mache ich das nächste mal vielleicht also ich habe kein box mal wieder umzustepp sind weil so für der sie wäre es eigentlich schon gut wenn ich halt in 5.1 zu bauen würde ich dann halt nicht aber eben dann bei fehlt wenn es irgendwann mal kommt also das er halt schon ganz gut wenn das dann kann man auf stehe oder ob sie bauen spielt aber ich habe halt irgendwie kein bock auf die schenke umgestöpsel vom rechner oder play sie kann der jetzt mal weitermachen wenn da keiner kommt dann ist das noch mal so dann kommt da keiner mehr und dann ist gut das ist zwei labersäcke wieso nur aber die sitzung wird gestartet super hier sind irgendwie sehr sehr viele aus der kuh und natürlich nehmen wir meinen er oder liebe ja wette werde ich nicht machen ich möchte ja mein kein geld verlieren ich glaube ich habe also ich jedenfalls schon und diesmal starte ich von hinten da du bist dass du hast mich eben weg geräumt wenn du mit der krams alter ich ich schraube deine mutter weg sind wir so viel mehr wette abgesagt wette wette abgesagt oder kurz gebremst aber komm mal die gehen da auch schon ganz frontal ran aber wenn zwei sich streiten da freut sich wie bekannt der dritte und der dritte war in diesem fall ich weil ich einfach geil bin auf einmal flog dann etwa mein kopf rüber wir haben da wieder den anderen typen hinter uns der uns weg gerammt hat aber mein freundchen diesmal nicht dieses mal bin ich auf alles vorbereitet und fahr einfach mal ohne fehler bestimme ich einfach mal so auch hier kommen wir da super um die kurve ich glaube in diesem sehr geländigen in diesem kurvenreichen gebiet da ist er einfach keine schlechte wahl eigentlich auch keine schlechte wahl weil jetzt wenn man nicht so viel mit dürften mag also ich meine halt so mit viel x drücken also dann ist ja gut weil er auch mal ab und zu von leine von allein immer ein bisschen weiter ausbricht aber wenn man halt ein bisschen selber er damit rumspielt mit dem dürft und mit x dann ist glaube ich der entity ein bisschen zu empfehlen oh gott hier ein bisschen zeit ist gerade verloren oh shit oh shit oh shit nein er hat mich überholt nein aber weil ich auch jetzt einfach mal so ein kleiner assi bin ich fahr jetzt auch so weil irgendwie kann man sich bei den rennen nicht mal anders durchsetzen man kann einfach nicht mal sauber überholen weil man immer weg gerammt wird und von deswegen mache ich das einfach auch also da habe ich dann auch irgendwann keine skrupel mehr so ich meine wenn die scheiße spielen ich kann auch scheiße spielen und dann muss ich eben scheiße spielen und es waren ganz schön viele scheiße wird er jetzt in einem satz oder vielleicht fast gegen den baum gefahren das wäre wieder dumm gewesen ganz schön dumm gewesen am besten schubs ich einfach gleich so eine klippe runter oder so das war doch mal super so jetzt hier da habe ich dann gleich die chance oh da wollte ich ihn gerade rammt nein ich bin auch blöd ja ja er habe mich da schon wieder so muss ich auch mal gerammt und jetzt kann er mir mal meiner dicken eier lutschen aber das war nicht ganz so nice ich habe mir irgendwie mehr davon erhofft also er ist noch ziemlich nah dran aber kein problem so kann ich auch spielen habe ja kein problem weil ich finde es einfach schade weil eigentlich ich mag ja rennen fahren auch so formel 1 sowas mag ich sehr gerne habe ich auf dem pc und spiele häufig momentan kann ich sein nicht mal von einem pc spielen weil ich habe es nicht immer mit so einem programm gespielt mit meinem ps3 controller aber jetzt erkennt das programm ein ps3 controller leider nicht mehr und deswegen kann ich leider momentan kein formel 1 spielen da werde ich mir wohl erstmal halten richtigen pc controller kaufen bei saturn oder so bei dem elektronik markt meines vertrauens und ich konzentriere mich jetzt gerade ganz schön deswegen erzähle ich nur so teilweise gerade ein bisschen was oder wir haben das spiel verlassen nur weil man hinten liegt genauso wie bei fifa man liegt hin und dann soll man rausgehen oder was nähe sieg jetzt sieg ja sehr schön ja zurück zu den rennen mal eben einfach schade dass man das nicht mehr sauber machen kann ohne irgendwie zu rammen oder gerammt zu werden ist halt einfach schade aber so ist es heutzutage war auch schon bei den letzten rennen irgendwie so man überholt jemanden und man wird einfach im tal weg gerammt und das ist einfach so extrem asozial von da habe ich es auch mal gemacht eigentlich mache ich es nicht habe sogar ich gerade schnell drunter gefahren von der eine hat es gar nicht beendet also ja ich mag dich auch ja auch wenn du gerade labert meint er wahrscheinlich gerade du kleiner mother fucker aber kann ich nur zurückgeben weil du hast mich auch im vorigen rennen gerammt von daher das kann ich auch und dann so gewinnt man eben heute tag bei rennen finde ich schade aber kann man eben nichts machen ja ist nun mal so sicherlich gibt es noch ein paar ehrliche spieler anführungszeichen also ein paar richtige spieler die nicht immer irgendwie weg rammen aber der größte teil ist wirklich jetzt davon entschuldigung wird von diesen kleinen mother fucker dominiert die eben immer weg rennen er kann die hat die einen weg rammen kann man nichts machen schade aber ist nun mal so das auch gar hier strandliebhaber update bald erhältlich ja nie das ist schon seit paar monaten erhältlich aber ich will das mal sagen für den füßel gucken eine folge mit mord und totschlag mit irgendwelchen weg geramme beim rennen und für den füßel gucken und dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder ich glaube auch wieder alleine weil julian hat momentan echt viel zu tun für die schule also da ist es bei mir für schule relativ lockerer Ja tut mir leid muss ich halt erst mal alleine spielen aber vielleicht hat auch mal jemand von euch bock da zu spielen nachher ich habe ich habe noch dieses kopf von 9000 ganz schön scheiße aber egal Also wenn ihr bock habt einfach mal einfach mal fragen und dann können wir ja mal zusammen spielen also bis dann mein postwerk wurde hier eingelagert ach so in meinem panzer ja bin dafür zugegucken und dann bis zum nächsten mal und zwar morgen tschüss